Wer hat die genommen, hat die da auf dem Boden lag, weißt du? Nein, die lag auf dem Auto. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, er hat die genommen, die auf dem Auto liegt. Dann nehme ich alles zurück. Danke. So. Krass, ich bin sogar Nick. Oh, Tata. Ich habe mich so gefreut, dass ich Nick bin. Ich muss mir den machen, hat einer drauf geachtet. Äh, nö. Wird jetzt einfach mal den Horden hinterher. Ach. Oh. Oh, scheiße, Tata oder sowas. Ja, genau, Hunter meinte ich. Oh, scheiße, raus aus der Hüschen, Madda. Aber mir ist es auf Englisch irgendwie geworden, das Spiel. Ich glaube, die Episode ist einfach auf Englisch. Ich glaube, wir haben die letztes Mal schon angefangen, auf jeden Fall. Jetzt kommt mir alles sehr bekannt vor. Oh, irgendwas Fettes? Nein? Der Sturm, Entschuldigung. Ach, dann heil mich halt, mein Gott. Halt. Ich weiß es ja noch nicht, ob wir das fertig gemacht haben. Mir kommt total unbekannt vor, um ehrlich zu sein. Ja. Wir sind Anfang aber auf jeden Fall schon mal gespielt. Okay. Okay, so, hier. Search the locker. Get it here. Reloading. Uh, hier liegen ganz viele Molotow-Cocktails. Wie ein Paradies. Hier drin. Aber ich habe schon welche. Oh, verdammt. Oh, da ist ein Charger. Wenn nicht so rumkommt. Hey, ihr Arschgeigen. Huh. Wo ist denn der? Ach so, ich habe ihn. Ich habe keine Ahnung, wo es hier drangeht. Wir laufen mal da drüber, oder? Ja, das klingt gut. Hoppa. Ach doch, stimmt. Es waren die Sinten, Garten, wo wir durchgelaufen sind. Wir müssen ins Gebäude rein, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ja, ja. Wenn ich da vorne irgendwo... Oh. Na, das haben wir echt schon. Oder zumindest angefangen. Ich habe die Frage, ob wir es geschafft haben. Oh, Charger. Oh, nee. Ähm, ja. Immerhin brennt der Charger. Ja. Oh, da kommen viele. Hinter uns. Oh, hinter uns. Ich habe fast keine Muni mehr. Hä, hä. Ja, die wird schon wieder... Oh, hier geht's. Oh, he scores! Ah, hier geht's. Oh, it's fine. Reloading! Reloading. Na toll. Uh, uh. Oh, da ist ja noch eine. Respektschelle. Aber sowas von. Bart. Ach ja, genau. Hör ich bloß wieder nicht mit euch. Oh man. Wie komm ich da hoch? Oben. Wenn du rausläufst und die Treppe nimmst. Ja, nur Schnee da, da durchs Haus so. Ah, ah, ah. Nein! Ich bin jetzt gerade da gewesen. Ja, ich hab schon die ganze Zeit auf den Dinger draufgeballert. Hier unten. Ja, hab ich gesehen, wie es funktioniert hat. Oh nein, und keiner von uns hat nen scheiß Defi. Naja. Braucht noch jemanden Medikit? Hier liegt eins. Oh, der ist in der Haftrücker. Der Hunter ist hier draußen. Weil er dürfte nix mehr haben. Eigentlich. Hab ihn. Uiuiui. Oh, die Tür wollte ich nicht zumachen. Wollte, wie machen wir das denn? So machen wir das. Jockey! 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 Achtung, das ist ein Springer oder so. Ich trage schon die ganze Zeit Jockey, ne? Aber keinen interessiert. Hört ihr mich denn überhaupt? Ja. Ja? Das wieder das Mikro aus ist. Wollt mich nur aus dem Clou raus. Jaja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Das war ein scheiß Ort. Danke. Sehr gerne. Jockey! 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 die witch gekillt. Ja, das ist schön für dich. Und Marvin hätte es auch was zu machen. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Liegst du jetzt noch oder stehst du schon? Ich stehe schon. Okay, jetzt bin ich. Oh mein Cuteness, it didn't work out well. Nein. Okay, ähm. Ich glaube, wir fangen noch an. Nein, du Schäfer hat das Feuer gezogen. Oh nein, oh nein. Das Feuer hat echt gekillt. Und tschüss. Wie ist das vorher entstanden? Hat da einer auf die Kanister drauf geschossen oder wie? Der Kevin war es mal wieder. Ach so. Der kleine Pyromane hier. Ach nee. Marvin und ich, äh. Der haben die Schwan. Bei dem Spiel oder war das der Kater? Oh, das war der Kater. Ich hol mal kurz die Katze rein. Er kommt. Ja, vielleicht kannst du uns demnächst holen. Ja. Ah ja. Mit mir. Wissen ist es, der? Nein. Ja. Am. Das ist ein Scherzdinger Shit. So, wieder da. Es kommt gleich was. Ja, du bist mit dem Bot allein. Ich wollte gerade sagen, mit wem sprichst du? Oh, Defibrillator und Medikit. Oh, 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 oh. Würde ich lieber die Branddinger nochmal irgendwie herholen sollen. Ich hab noch eins. Aber das Problem ist sicher. Im Zelt würde ich es vielleicht nicht anmachen. So gut gemeint am Atomrande. Wenn es rauscht, mach ich vielleicht. Im Zelt bist du eigentlich echt sicher, weil die können nur durch das Loch vorne kommen. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt mit dem Defi zu euch renne, liegt die danach oder? Ja, wir leben danach. Aber theoretisch müsste jetzt dann auch irgendwo zum Dings kommen. Probier es halt. Ich meine, von hinten dürfte eh nichts kommen. Ja, das ist ein Dfib-Unit hier. Ob ihr da noch liegt oder ob ihr jetzt schon weggesponsert seid? Achso, meinst du? Na, kann gut sein, dass wir schon weg sind. Ich weiß sogar nicht mehr, wo ich verstorben bin. Ah, ok. Jee. Äh, geht nicht. Ah doch. Ist aber lieb, dass du jetzt mich zuerst wiederbelebst. Du brauchst ja die, die ich zuerst gesehen habe. Marvin liegt da direkt neben mir, aber... Macht nichts. Wir hätten so eine Feuerbestattung. Hahaha. Bestimmt habe ich ein Dfib jetzt eingesetzt und dabei kommt der jetzt gleich in die nächste Ecke. Stimmt. Ja, wäre ok. Langen hier irgendwo Waffen rum? Ich finde es gut, dass es ist der erste Teil zwischen zwei Mal. Ja, ich habe es gesehen. Oh, da ist ein Jockey. Da ist ein Jockey. Äh, Killy. So, jetzt geht es los. Hab ihn. Sehr schön. Oh, das wollte ich nicht. Nein! Ach, die Alte wieder zu blöd für die Steuerung. Hier liegt da noch ein Molotow. Aha, got it. Deutsch, das, was Marvin getötet hat. Hahaha. Also, in irgendwo ein Klo seht, da bin ich das. Hahaha. Dein Bus ist irgendwas. Oh, das ist ein großer? Ja, genau. Das habe ich mir fast gedacht. Das hast du sehr gut gemacht, mein Schatz. Ich bin sehr stolz auf dich. Ach. Ah, da hinten bin ich. Oder? Ah, ne, das ist schon ein anderes Schatz. Wo ist denn da hinten? Ne, das war Kevin. Ja. Das war Kevin, den ich jetzt mal wieder erwischt hab. So. Oh, Mensch, lauf mir doch nicht immer fort. Bin nur nicht sicher. Ja, ich versuch die ganze Zeit auf mich zu schießen und ihr lauft mir alle vor die Nase. Dann wird wieder gemeckert, weil ich euch umbring. Mann, ey. Er ist übrigens tot. Ich hab ihn eliminiert. Oh, hier ist der Schutzraum. Noch besser. Hey. Oh, man darf wieder mitspielen. Yay. Ja, nice. Let's get inside. Immer bin ich durchgekommen, ohne Medizin zu verschwimmen. Stimmt. Perrekt. So, Tür zu. Affe tot. Wuhu. Ah, hier, mein Abwehr. Ah ja, komm jetzt. Hör auf, du hast mal mal getötet. Ach komm, du warst die ganze Zeit vom Spiel allein. Und du hast uns getötet, ich wollt's nur nochmal erwähnt haben. Und wieder. Oh. Oh. Die sind alle wieder geheilt? Woop woop, fangier 2 doch, hm? Wuhuu Oh, ah! Oh, der hat nen Kick fallen lassen oder sowas Ok, wer hat am wenigsten? Du Ja, na toll, dann Ok, Pidi jagt ne Fliege, es läuft! Ich dachte, was bollt der denn hier so, jetzt rennt der wie ein Gestörter durch den Raum Oh, bitte nicht hier rüberhüpfen Be careful, honey, please Oh no, immer ich Da guckt man einmalig hin und dann erwischt trotzdem dich Da kommt noch ein dicker, oder? Ja, da ist noch ein dicker Bin der grad ein bisschen aufzingelt? Bin der grad ein bisschen aufzingelt? Hm, kein Problem Ja, da ist noch ein dicker, Marvin Jetzt so Eieieieiei Möchtest du mein Medikit haben, was ich grade aufgesammelt hab? Ach Hm Sicher, sicher Marvin Komm her Ups Komm her, kleiner Mann Ich bin keine Laterne Ja, da ist noch nicht so mit der Steuerung Ich hab mir vorhin selber noch gelobt Wie gut das jetzt mit der Steuerung läuft Und jetzt merke ich grade, dass das Völlige Fehleinschätzung meinerseits war Ach doch, das war das mit diesen diesen Räumen, mit dem Jazzclub und so weiter Ja Ups Hm Mein Medikit Oh Da drin ist bisschen was los Bisschen? Klingt nach ganz wehen Boah, da ist wieder ein Charger Ja, da ist schon Ach, Mann Wo ist denn die Tür da rein? Gibt's überhaupt ne Tür da rein? Oh, Jocky Oh, den hab ich schon getötet Ha, cool Oh, hier gibt's keine Tür Ja, irgendwie geht's da nicht rein Ach, hier Uuhuhuhu Wow, ok, was war das jetzt? Wo ist denn hier? Uah 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 Du kleiner Jammerlapp Reloading Ich würde dann reden wollen, aber dann aua schreien Ja, ich muss mich hier erstmal durchkämpfen Weiß nur nicht, wie ich hier wegkomme wieder Ok, wie seht ihr bei der jetzt reingekommen? Das Fenster Fenster Ok Ich bin halt hinten rumgelaufen Hier hat's ganz viele, ähm Nein, hier ist ein Dis Aaaaah Wo bist du? Ich bin ins eine Fenster reingesprungen und ins andere rausgefallen Ok, oh shit Da kommen ein paar Mal wieder rein Oh Vorsicht hinter dir ist ein Egal Oh 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 Toll Jetzt habe ich hier ne Kiste voll Adrenalinspritzen gefunden, nur ihr seid alle schon draußen Weiß halt welche runter Da kann ich auch wieder rein. Kann ich die denn runterschmeißen? Ja, du holst ihn auf und wirfst sie quasi wieder weg oder geht das nicht? Bist du nicht weh? So, wo ist sie denn? Ich bin hinter dir. Ja, also hier liegt irgendwie was rum und dann habe ich hier hinten, nein, hier hinten, ich habe einen Orientierungssinn, das ist nicht normal, hier ist die Kiste. Die ganze Zeit Predigter, guckt euch die Räume an, guckt da rum, da sind tolle Sachen. Ja, ich war hier in dem Raum drin und bin dann hintenrum rausgefallen. Hier liegt auch ein Molotow-Cocktail. Ich gebe mir jetzt mal die volle Trönung. Oh, unsere Shell. Ja, Bubi, was meckerst du denn? Er meckert die Fliege an, glaube ich. Oh, da ist wieder ein Jockey. So, sind wir jetzt alle wieder ins Feuer drin? Bei euch drin ist ein Jockey, bei euch drin ist ein Jockey. Bei uns drin ist ein Jockey. Oh, da kommen wieder ganz viele. Oh shit, ich bin rausgehüpft. Und du steckst dich jetzt selbst in, ich wollte gerade sagen, du steckst dich jetzt selbst in Flammen, oder? Ne, ne, ich habe nur kurz gecleared. Oh. Oh ja, also jetzt laufen wir mal weiter, würde ich sagen. In die Röhre rein, oder wo geht es weiter? Ne, also in die Röhre rein schon mal nicht, das macht absolut keinen Sinn. Hier hinten ist auch nichts mehr. Na doch, hier geht es runter. Kann ich durch die Rohre durchlaufen? Das ist ein Scheißspiel. Was soll denn das hier? Was soll denn das hier? Wieso kannst du denn jetzt da durchlaufen? Weil du musst dich geduckt durchlaufen. Ich habe mich aber geduckt. Jetzt geht's. Hm. Doofes Spiel. Ohne Witz. Wo bist du lang? Ah, hier. Unten rein, ne? Uh, ein Spitter. Ohnein. Wir werden alle sterben. Mach Katerchen. Aua. Auch schon mal besser gemacht. Ohnein. 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 Ach du Scheiße. Was denn? Ach, da kommen ein paar Gegner zu euch wahrscheinlich. Ist klar das... Ach ne, ach so. Ich gehe ja hinter Marvin. Oh. Irritierend wenn er ständig die Charaktere wechselt. Weil ich mir eigentlich hätte denken können, dass Marvin bei mir bleibt. Du wieder alleine rumrennst. Ohnein. Ohnein. Oh Scheiße. Uh, ich habe mich selber gerettet. Oh. Krass. Da liegt ein Medikett. Ja, ich, äh, sammelt gleich auf. Die Treppe runter oder Brett rüber? Brett rüber, auch wenn es aussieht, als ob das gegen eine Wand läuft. Nee! Nein! Ahh. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Reload! I'm a reload. Grab and puke! Here they come! Ah. Reloading. Ah, wo bin ich? So süß, wie du einfach mit dir selber sprichst, wenn man durch die Wand nur dich sieht. Jetzt ganz viele Dings, ganz viele Molotow-Cocktails, zwei Mal runterlaufen wieder, oder? Ich hätte jetzt auch runter gesagt. Oh nein, 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 oh oh, das war eine scheiß Idee. Sind wir alle oben? Ja. Okay, gut. Ich hole mal noch meinen Molotow. Hab ich gerade direkt bei meiner Panik geschmissen. War wohl richtig, so wie es aussieht. Weapons hier! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh, nicht gut! Nicht gut! Gar nicht gut! Das wird so draufgehen! Nein! Oh mein Gott! Gehst du mir jetzt auch hoch, oder? Mein Gott, Bitch! Okay! Jetzt sind wir dann alle gleich wieder tot! Ich hab doch beide noch einen Medikit! Ich hab doch beide noch einen Medikit! runter auf die Straße! Hier schon wieder auf die Straße! In den Jazz Club müssen wir! Er hat's gerade gesagt! Okay, wozuher ist jetzt der Jazz Club? Ach, genau! Ja gut, wenn Marvin schon mal unten ist, dann gehen wir doch auch alle runter! Nein, falsche Taste! Nein, 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 nein! Geht er weg, geht er weg, geht weg! Okay, okay, okay! Mal ist denn da raus! Oh, Rochelle ist... Nein! Rochelle wird vergewaltigt! Rochelle ist... Aber sie ist leider hinter der Tür! Wo ist sie denn? Oh, da oben kommt irgendwas fettes! Da, 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 da! Jar Jar! Nein! Ah, fuck! Ein Arm und so ein Wichser! Wo ist Rochelle? Die ist jetzt tot! Cool! Ja, Rochelle ist tot! Okay, ein Problem weniger! Ja, dann lass mal in den Jazz Club gehen! Ja, wo? Auf... Hier wahrscheinlich hier raus, zur Hauptstraße! Wo ist keiner da, wo wir herkommen? Ja, dammit! Wollt hier wieder rein? Red Café... Was haben wir zu dieser Hauptstraße da ganz rausgehen? Oh nein, da kommen sie! Oh, shit! Sorry! Achso! Wow! Kommt her! Kommt her! Tritt mich nochmal, wenn ich auf den Boden leg, du Wichser! Wir sind aber gut, dass die von mir wegrennen, die Gegner! Ja, freu dich ruhig! Das ist kein Problem! Renni hat alle zu uns! So, jetzt würde ich dann gern mein Medikit benutzen! Das ist kein Problem! Das ist kein Problem! Ich weiß, was ist denn jetzt passiert?! Oh nein! Scheiße! Was ist denn jetzt passiert? Der lag Kotze! Aber ich dachte, ich hab die da vorne kaputt gemacht, dass sie nicht so weit... Naja, was soll's... Danke! Ach... Ach... Was dachte ich, was hier rauskommt? Sooo... Mit O... Ich wollte eigentlich hier weiter gucken... Jetzt sind wir wieder hier! Wir sind irgendwo vorbeigelaufen, hab ich so das Gefühl... Oh ha... Pff... Nein! Problem gelöst! Ah! Goopi! Oh wir holen, ist ein Charger! Schau, dass wir hochkommt... Der hochkommt? Und wenn ihr sagt, what?! ja da ist einer und mich an den Dingssee Reloading äh das steht das sieht doch mit seinem Karton spielen ja schon die Fliege nicht kriegt Och seriously Geht's noch oder? Alter Verwalter Ah pst wird's gut Hau nicht ab auf die Fresse Dankeschön jetzt wird gleich wieder Tor Weapons over here Ah Dickerchen du Ah da ist der Chess Club Wo ist da? Da unten Da kommen wir mit hier runter Ja ich bin da Köln du bist da Ah Ah jetzt runtergeschmissen gerade noch Dose Oh da ist Rochelle Oh ich hab'n Defi Oh fuck oh fuck oh fuck Nein Na toll Jetzt brenne ich auch noch Und der Witch legt hier auch noch rum Ich krieg gleich einen Vogel Och ne Wo ist das? Ich hab'n Brandkanister Ja Ich hab'n Brandkanister Ja Ich hab'n Brandkanister Ja Ist da Ne lass mal in den Chess Club gehen Kevin Wird das nicht schon? Ne ne wir sind gleich falsch abgebogen oder? Ah doch eigentlich schon Nein nicht schießen nicht schießen Wieso nicht? Weil ich da ein Brandkanister hingeschmissen hab Ja ich hab'n nicht auf den Brandkanister geschossen Sondern auf den Zombie vor und so Es gibt immer Querschläger Hahaha Wie die Vergangenheit bewiesen hast Nein nein Esser Kommt jetzt nicht das mit diesem Scheiße Hunter Aua Aua bei mir Mit diesem äh ätzenden Hinter uns Ah doch stimmt Da wo wir nicht weitergekommen sind Ja mit diesem Nein meine Munition ist leer Oh nein Rochelle Rochelle Hier liegt ne, hier liegt ne Shotgun Aber auch nur mit 50 Schuss Ja besser als keiner, hm? Warum wechsle ich jedes Mal die Waffe wenn ich an der Waffe vorbeilauf Weil ich halt so toll bin, hm? Ja schon ein wenig Das kannst du nicht nehmen, das ist leer Das hab' ich gerade gehabt Da liegt auch noch ein Molotow Hab' noch Sprengfalle hab' ich irgendwie auch noch Wo liegt der? Der Kater ist leicht frustriert Ich hab' noch ein HP Ich bin blau Ich weiß nicht was das ist Nein, auch Kevin Ups Ich weiß jetzt nicht ob ich die grad getroffen hab Ja? Aber hinter dir war was Aua 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 Fuck Sag mal Oh Bisschen waren scheiße Mama Zum Glück hab ich ein Davy dabei Ja Wenn du nicht als erstes drauf gehst Das ist alles gut Oh yeah Oh yeah Man, es ist ein langes Zeit Since I have felt this bad Das war die ja schon rund, oder was? Ich bin schon am runtergehen Jo Und ich war schon wieder eine Witch Ja genau, das war diese behinderte Kacke hier Hattest du nicht bis gerade noch so'n Beziehen kann ist er bei dir jetzt natürlich nicht mehr I'm gonna get right Ah, violou Ach nee, komm halt, ich full life Rochelle kommt, um sich zu retten No Das Schöne an diesem blau-weiß Bild ist, dass man echt mehr sieht, wenn's dunkel ist Ich bin literally full of shit Nein! Och fick doch einer die verdammte Henne Scheiß Schrotflinte So ich bin tot, Ade wasche mit euch Ah da drüben ist der Schutzraum Heil dich mal Marvin Da drüben schon der Schutzraum ist dann Ach nee, das war die Kacke, wo es dann so unfassbar viele wurden Ja, wo man nicht rüber kann Vielleicht haben wir das ja auch die ganze Zeit nicht falsch gemacht Ich hatte doch noch ein Defi bis heute Ja, aber da drüben kann man doch die Treppe wieder hochlaufen Äh die Leiter Kevin Warte Ich hab'n Defi, ich hol' ihn nur kurz Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Das Problem ist, ich seh' nix, wenn's grün ist Ja, Rochelle hält dir die gut vom Hacken Gut Du Frau für alles Hauptsache da liegt noch meine Blutlache, ne? Eieiei Ja, wie sieht's aus, Maddy wir schaffen's da die Treppe, die Leiter hoch Wo denn? Hier ist doch ne Treppe, Leiter, so Ja und dann, wir müssen ja da rüber, das geht ja, wir kommen da ja nicht rüber, wir fallen ja runter ins Wasser Das ist ja das Problem Wuh, Achtung, das ist bitter Haha, Rochelle gleich wieder, ne? Hold on, I'm coming I will self you Oh, seriously Oh, hier ist ein Golfschläger Na dann Aber hier hoch kommt doch niemand, oder? Ach verdammt Natürlich kommen die hier hoch Aber weniger, wie wenn wir jetzt runterhüpfen Nur die Frage, ob sie jetzt von allen Seiten kommen Ja Ja, dann könnten wir uns ja vernünftig hinstellen und dann Ja, aber wir müssen ja weiterlaufen, das ist ja das Ding Ja, da geht bestimmt ganz am Ende von diesem Weg, geht bestimmt auch ne Leitung Bitte hoch, oder sowas Wahrscheinlich Du musst durchkämpfen Ja, jetzt lass wir erstmal hier ne kurz bisschen clean Warte, hat einer von euch Molotov oder so, weil ich hätte noch einen? Ja, hab ich Weil sonst würde ich den mal da elegant runterwerfen Ja, aber solange wir noch, hm Oh Ja, nein, weiß nicht Warte, hier kommen einige Ja, aber da müssen wir ja nicht hin Ja, hier 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 hin Ja, jeder hin Cool, hey auf, versuch mal durchzulaufen, ob dann Ob dann Ob sich's lohnt, ne Oh nein, scheiße! So viel dazu. Oh shit. Calm down. Wir sind auch durch. Rochelle ist einfach die Beste. Rochelle ist einfach die Beste. Und ich hab noch einen HP. Komm ich lauf noch vor. Der ist schon wieder blau. Komm du mir jetzt nicht mit deinem HP. Wenn ich schneller laufen kann, ist echt zum Kotzen. Ja da ist ne Leiter. Bei dem fetten Ausdruckbezeichen. Oh Boomer, Boomer, Boomer! Fuck! Wer hat den Molotov geworfen? Ich hab den geworfen. Weil da waren ganz viele. Aber ich auch! Ja jetzt bin ich tot. Ja ok, kein Problem. Boah, ich lauf noch mal vor, Alter. Oh ne. No, Kevin! Entschuldigung. Rochelle hilft dir bestimmt gleich, wenn sie kann. Ja, da ist niemand viel mit dabei. Na ja, wenn sie sich mal bewegen würde, dann guck, da ist sie doch schon. Wie auch immer sie sich da jetzt hin gezaubert hat. Vorsicht, hinter dir, äh vor dir ist so ein, so ein, ja genau so einer. Wo ist der Schutzraum? Kommt da doch rauf! Oh no! Lass sie liegen. Hinter euch! Vorsicht, Jockey hinter dir Marvin! Jetzt auf dir! Oh, Kevin! Und wo ist der Schutzraum? Nein! Oh 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 nein! Wo zum Teufel ist der Schutzraum? Keine Ahnung. Da unten liegt ein Medik-Dings. Ah, nimm's mal. Ja, das ist keins. Wo ist der Schutzraum? Grabräuber. Ha! Ist auch bei dir. Kevin hier vielleicht? Rochelle ist tot. Heiß Idee hier lang zu laufen. Er hält gar nichts. Okay, Kevin, äh, Marvin ist auch tot? Ja, wir hätten ja glaub ich zur Football rein müssen. Äh, irgendjemand wollte ja unbedingt sein Molotov-Docktail schicken. Just Sam. Und da ist Kotze. Ja, das war's. Hey, aber kurz aufs Klo, bin gleich wieder da. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja.